Naja, du brauchst noch was sagen? Was? Leid pro Anmode. Achso, ne, eigentlich nicht. Ist doch heutzutage modern, dass man einfach keine Anmode mehr macht. Nein, Spaß. Hey, Freunde, jetzt willkommen zu einem neuen Video, hier auf meinem Kanal. Es kommt lange kein Video mehr. Jetzt kommt Rainbow mit Jan. Hallo. Das ist übrigens Jan. Und meinem Kanal. Da würde ich nicht vorbeigucken, weil da gibt es eh keine Videos. und wenn es da wie es gibt es die Qualität noch schlechter als hier also merken in sein kann hat e-mail mein Kanal aber da lassen bei der er hat sich die Gela oder ja genau genau die Kissen wird ja keine Ahnung so schlecht ist jetzt nicht mehr er hat das erste der den Video auf einem Kanal war damals tatsächlich inzwischen ist eigentlich nichts passiert wir sind immer noch schlecht habe inzwischen ein paar mehr operator und höheres level ja und ich habe ein bisschen mit ein paar freunden genau was war da bitte nicht drauf da ist ein Vigil in der Garage passt auf der Backbeard wählt nicht sein Schild auszuwählen was macht das er war nur gerade ein bisschen und wagt er war nur gerade ein bisschen und wagt er war nur gerade ein bisschen und wagt also Aktivität resume securing the container once the threat is neutralized ok ok find ich besser gerade so gefühlt auch her 15 seconds ok ja die haben's drauf jetzt da hinten ja nicht AFK rumstehen vom Deckel Ja, 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 ist ja alles in Ordnung. Ich hab grad mit der Drohne gespielt. Ähm. Also. Oh Gott. Yay. Hey. Links und rechts ist offen, beide Seiten. Ich hab mir grad so missaimt. Got one. Keine Ahnung. It's a dog now. Oh fuck. Ja, von hinten. Törme das an der linken Garage. Ah. Wait, Tim, wait. Noch einer? Nein. Nee, okay. Ich wollte sagen, der ist down, aber... Gut, meis. Sehr gut. Ah. Gott, ich, ich find's immer total schwer, solche Spiele wie Rainbow zu kom... äh, zu kommentieren, weil du dich einfach so hart auf das Spielgeschehen konzentrieren musst, weil du weißt, du spielst in Unterzeit gegen die Gegner, hast kaum noch Leben. Ja, die sind in Unterzeit gegen die Gegner. Ja, wir haben grade in Unterzeit gespielt. Ja, was ich sagen wollte vorhin, als ich mich verschluckt habe, äh, gefühlt, und zwar habe ich noch eine Weft-Folge gefunden, in meinen tausenden Aufnahmen, die ich noch nicht mal hochgeladen habe, die ich noch nicht mal hochgeladen habe. Die ist aber schon gefühlt vier Monate alt. Da habe ich erzählt, was ich in der anderen Folge gemacht habe. Ja, die ist vier Monate alt, äh, ja, kommt sogar genau hin, gefühlt. Hm, ja. Hier? Sechte schon fünf? Nee, vier. Erst vier. Hast du nicht Ende Mai aufgenommen? Na, kann auch sein, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, wenn ihr die noch sehen wollt, lasst es mich wissen. Wenn nicht, ich hab gesehen, dass Reft ein riesiges Update bekommen hat, also ich hätte auch Lust, das mal weiterzuspielen. Das ist das Safe-Game, was ich jetzt habe, einfach mal irgendwie im Stream fertig spiele oder sowas. Oder auch Poly-Boot, hab ich auch angefangen, nie fertig gespielt. Hat immer die Motivation geführt. Ja, das... Wieder unten. Oh. Und das... Achso. Well done. Gute Call in den Game. Genau. Damit wir nicht noch weiter mit dem Rang absinken. Hm, lol. Ja, gut. Wo, mit dem Rang absinken. Oder wer ist der letzte von denen? Insertion in fünf Sekunden. Na gut. Ich selbst die Ton. Das ist unmöglich. Wahrscheinlich wieder, ähm, BG. Passt in der Garage auf. Stüm. Ja, ja, ich... Nee. Irgendwas bitcht in sich heraus. Garage ist noch nicht zu... Oder, äh, noch nicht auf. Drone. Ich werde da jetzt reingehen. Mach nicht ganz so schnell. Spatter. Ich wurde gespollt. Ich wurde gespollt. Ja. Weil du, äh... Mit... Ja. Na, mal... Vielleicht wird das ja nicht erkannt. Schon das zweite Flagge, ey, was du nicht siehst. Soll ich hier aufmachen, oder machst du... Bist du Dings-Punkts-Action machen mit deinem Brenner. Ja, mach ich. Rift-Torch. Ey, Rift-Torch. Mira. Dings. Dings vom Raum hinten. Wenn du kannst, peek vom Schild aus. Handl. 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 Anyone help me? Ich hasse Ela. Ich war gefühlt, die ganze Zeit, in der ich im Raum war, nur beküfft. ja du bist halt entweder bin ich oder du durch eine andere lamina hast das nervig hier auf die höhe auch nicht hier vorne irgendwo ich mal zur seite versuchen mal so ja oder so ja dann nicht dann machst du vorne bei den bänden ich mach hier mal kurz zu und geh äh church ja in Richtung Treppe wo ist das erste über uns Wo ist der zweite Mera-Fenster? Wir haben vielleicht bisher noch eins Ja, aber... Und hier oben ist es oben hier Ja, die ist... Gefühlt doch schon los mit meiner Na ja, wie ein kühleres Turm Na ja, das ist mein neuer, die fängt es ab Weiß ich nicht, wo die sind... Ah ok, gut Da sind welche Ok Da hinten also in dem Gang ist auch einer drinne Monty irgendwo Hm, hier vorne Sind nur auf zwei jetzt Ich gehe von hinten versuchen zu holen Er ist nur Monty Wenn du ihn siehst, versuchen abzunehmen Ah, das ist nicht Monty, ist Blitz Oh nein, das ist ein Magazin Eine andere Runde Ich habe meinen guten Kupfer Äh, ja genau, Kupfer 1 Und dann habe ich eine Herausforderung abgeschlossen Nois Und dann war es das mit dem Video Es hat euch trotzdem gefallen Auch wenn es mal wieder sehr chaotisch war Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen Wenn ich, dann nicht Und dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal Outro Outro explicar Also Mai Bis zum nächsten Mal.